Ja hallo, es ist wieder eure Frau Dr. Semyonido und ich erzähle euch heute etwas über die Fettgewebsabsaugung, auch Liposuktion genannt. Wir haben prinzipiell in unserer Klinik zwei unterschiedliche Methoden der Fettgewebsabsaugung. Das eine ist die herkömmliche Methode oder auch vibrationsassistierte Fettgewebsabsaugung. Die existiert schon ganz, ganz lange, ist ein klassisches Verfahren zur Fettgewebsabsaugung. Und die zweite Methode ist die sogenannte Wasserstrahlmethode. So ein Gerät habe ich euch auch gerade mitgebracht, das ist das Bodyjet-Gerät. Die Methode funktioniert mit dem Wasserstrahl. Ich habe das hier auch nochmal an der Kanüle, hier sieht man es auch. Hier vorne ist eine kleine Öffnung, ich hoffe, das können alle sehen, wo der Wasserstrahl wie so ein kleiner Kärcher ganz fein in euer Gewebe eingebracht wird. Und gleichzeitig wird über diese Öffnungen hier unten Fettgewebe abgesaugt. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile. Zum einen brauche ich nicht viele Flüssigkeitsmengen, die ich zuerst in euer Gewebe eingebe und dann wirklich lange warten muss, manchmal eine halbe Stunde, bis ich dann die Fettgewebsabsaugung machen kann, weil erst dann sozusagen das Fettgewebe an die oberen Hautschichten gedrungen ist. Und dort ist mir leichter fällt, dieses Fettgewebe im Prinzip abzusaugen. Bei dem Gerät ist es so, dass ich gleichzeitig absauge und diesen Wasserstrahl eingebe. Das heißt, ich habe keine lange Wartezeit. Ich sehe meine Erfolge sofort. Das finde ich immer super, gerade wenn man in ein bis zwei Tagen nach der OP ein Event hat, ihr wollt ganz toll aussehen, ihr wollt ein tolles Kleid anhaben. Und dann könnt ihr getrost verzichten auf diese ganze Bodyforming-Wäsche. Dann könnt ihr zu mir kommen. Wir können gerne einen Termin machen zur Fettgewebsabsaugung. Und dann saugen wir das Fettgewebe schön ab. Und die Körperkonturen sind geglättet. Und der Körper, beziehungsweise, genau, ihr selbst, euer ganzer Körper ist nicht so sehr belastet durch die vielen Volumenmengen, die wir eben eingeben. Das ist das sogenannte Bodyjet oder auch Wasserstrahl-assistierte Fettgewebsabsaugung. Die Zonen, die man mit beiden Geräten bearbeiten kann, sind einmal der Unterbauch, der Oberbauch. Kennt jeder von uns die kleinen Fettröllchen, die sich, wenn ihr eine tolle Hose anhabt, über die Hose so hervorquellen. Das ist schön abzusaugen, Hüftbereich oder auch hinterer Rücken. Dann des Weiteren die Oberschenkeln, gerade bei den Mädels, Reithosenbereich, innerer Oberschenkel oder Unterschenkel. Allgemein, im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, Fettgewebsdepots, die euch einfach stören. Wo ihr sagt, das passt einfach nicht zu mir, mein Gewicht ist super, ich halte mein Gewicht, die Ernährung ist top, aber es sind doch ein paar Bereiche, die mich einfach stören. Und dabei hilft eben diese Methode. Was nochmal ganz wichtig ist, das wollte ich nochmal auch gerade den Mädels sagen, die mich das sehr oft in der Sprechstunde fragen, die Fettgewebsabsaugung, egal ob es jetzt die Vibrationsassistierte Methode ist oder der Bodyjet, dient nicht zur Gewichtsabnahme. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr kommt zu mir in die Sprechstunde mit ungefähr eurem Zielgewicht. Ob es jetzt zwei, drei oder vier Kilo mehr sind, das spielt keine Rolle. Aber ich kann viel eher mit der Fettgewebsabsaugung Körperkonturen glätten, angleichen und eben nicht riesige Mengen, zum Beispiel euch zehn Kilo leichter machen. Das funktioniert eben nicht. Genau. Was jetzt ganz neu bei uns ist, worauf ich mich auch sehr freue, ist das Lipofilling. Das bedeutet die Eigenfetttransplantation und dies passiert eben mit dem Bodyjet, also mit der Wasserstrahl-assistierten Methode. Das bedeutet, ich sauge in einer OP das Fettgewebe an irgendwelchen Stellen, wo ihr sagt, da habe ich wirklich viel Fettgewebe und da würde ich gerne eine Konturglättung erreichen, erst mal ab, das bereiten wir dann auf, also das machen unsere OP-Schwestern, das kommt in eine kleine Zentrifuge, sodass sich wirklich das reine Fettgewebe absetzt von dem übrigen Serumanteil, das ist ein Flüssigkeits- und Blutanteil und dann ziehe ich das reine Fettgewebe in Spritzen auf und spritze euch das zum Beispiel in den Dekolleté-Bereich. Ihr stellt euch vor, ihr habt eine schöne Brust, also vom Volumen her ist das alles in Ordnung, nur ihr wollt eine leichte Volumenbetonung im Dekolleté zum Beispiel erzielen. Dabei ist es sehr schön. Oder auch Faltenbehandlungen im Gesicht, zum Beispiel hier um den Mund herum, im Augenbereich, kleine Lippenfältchen um den Mund oder auch hier die Zornesfalte, die wirklich so tief sind, die man jetzt nicht mehr mit Botox oder Hörl-Hon-Behandlungen ausgleichen kann. Dabei ist Fettgewebe wirklich super. Der Riesenvorteil ist, es ist ein körpereigener Stoff, es ist euer Fettgewebe, nichts Fremdes, was im Prinzip nochmal aufbereitet wird und an diese Stellen wirklich lokal gespritzt wird. Häufig ist es so, dass die ganze Prozedur wirklich in einer Operation sichtbare Erfolge zeigt. Manchmal, wenn das Fettgewebe sehr stark abgebaut wird, da könnt ihr gar nichts für oder der Operateur auch nicht, das ist häufig anlagebedingt oder genetisch, dann braucht man nochmal eine zweite Sitzung zum sogenannten Lipofilling. Das würde ich aber dann in der Sprechstunde mit euch besprechen. Da würde ich mir den Körper anschauen, würde ich anschauen, wo ihr genau das Fettgewebe appliziert haben möchtet, dann können wir gerne alles besprechen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ein bisschen was über die Liposuktion heute zu erfahren und das Wasserstrahlverfahren, insbesondere das Gerät, was mir sehr am Herzen liegt, das Bodyjetverfahren. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne in meiner Sprechstunde vorstellen, dann erzähle ich euch alles nochmal ganz ausführlich und hier auf eure eigenen Bereiche ein und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram, würde mich sehr freuen. Bis dann!